Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 gefällt uns jetzt der Sven, bitte. Und auch da heißt es, Lust auf Reisen, kein Problem bei Ihrem Glückssack. Hier ist Ihr Preis. Airmarin und Alphatours laden Sie ein, mit zwei Personen von Düsseldorf oder München für zwei Wochen Badeurlaub an der Sonnenküste Amerikas in Florida zu verbringen. Es erwartet Sie in Miami Beach, das Vier-Stern-Hotel Miami Beach Ocean Resort mit eisernen Annehmlichkeiten, freundlich eingerichtete Zimmer mit Klimaanlage, Decken-Vendilator, Fahrt-TV, Radio und Telefon sind hier selbstverständlich. Direkt am Strand von Miami Beach gelegen, unweit des berühmten Art-Deko-Viertels, zählt dieses Hotel zu den schönsten an dieser Küste. Verbringen Sie zwei unvergessliche Urlaubswochen mit Airmarin und Alphatours im Hotel Miami Beach Ocean Resort zu zweit. Halbpension ist natürlich inklusive. Der Wert dieser Reise beträgt 5.104 Mark. Ich drücke schon mal die Darm und sage, viel Glück. Ja, danke Sven, auf diese wunderschöne Reise können Sie sich freuen, liebe Glückssack-Freunde, ich war schon mal da. Ja, es ist ein Traum. Aber Sie brauchen diese Postkarte dazu und diese Postkarte bekommen Sie an allen oder bei allen Reisebüros, die mit Airmarin und Alphatours zusammenarbeiten. Ich drücke Ihnen die Daumen, hoffentlich klappt es für Sie. Wir haben ja einige Wochen dieses Gewinnspiel für Sie vorbereitet. Jetzt begrüßen Sie bitte ganz, ganz herzlich mit mir unseren Funko-Kandidaten, der Bert. Hier ist er. Hallo. Hallo. Bert aus Euskirchen bei Köln. Ja. Haben Sie es selber gemacht, das Reisel? Ja. Ehrlich? Ja. Ist ja oft so, dass die Frau für den Mann das Reisel ausfüllt. Nö, nö. Und der Mann dann hinfahren darf. Nö, in dem Fall aber nicht. Wunderbar. Wie oft haben Sie es versucht? Och, schon einige Male. Einige Male. Jetzt sind Sie hier. Kennen Sie die junge Dame da drüben? Ja. Ja? Das ist unsere Assistentin, Maren Kielzer. Herzlich willkommen. Und dann brauchen wir natürlich noch zwei Kandidatinnen für den Bert. Das ist die Andrea und die Christine. Schön, dass Sie alle drei zu uns gekommen sind. Wir sind Andrea Volz, steht neben mir. Sie kommt aus Altenstadt, das ist in der Nähe von Frankfurt. Sie sind was für ein Beruf, Andrea? Personalsachbearbeiterin. Und Sie haben einen Surfschein gemacht. Ja, den habe ich gemacht. Das macht mir Spaß. Wie lange braucht man denn dafür? Das wurde an einem Wochenende durchgeführt, ungefähr so in zehn Stunden. So schnell? Ja. Dann werden Sie in die Wellen geschickt. So ungefähr. Auf die Leute losgelassen. Man lernt erst was über den theoretischen Teil. Und dann probiert man sein Glück auch im Wasser. Und am Schluss von dem Kurs legt man dann eine Prüfung ab. Und sind Sie oft reingefallen? Jo. Schon, ne? Okay, viel Spaß. Nicht so einfach. Ich habe es auch mal versucht. In der Mitte, die Funkorganen-Daten haben wir schon kurz kennengelernt. Bert Schwendner. Bert, Sie sind von Beruf was? Elektriker. Und ich weiß, dass Sie gerne Eisenbahnen aufbauen. Ja. Spielen Sie lieber damit oder bauen Sie sie lieber auf? Ne, lieber bauen und basteln und ändern. Ja. Aha. Und schon mit Kindern oder? Ja, da sind Sie noch ein bisschen klein für. Ein bisschen klein. Aber dann freuen Sie sich, wenn Sie mal größer werden. Mit Sicherheit. Dass der Papa alles kann. Prima. Ja, auch Ihnen viel Spaß heute Abend hier bei uns. Danke. Christine Wölzlein aus Herr Rieden. Wo liegt denn Herr Rieden? Bei Ansbach, elf Kilometer entfernt. Mhm. Sie sind Diplom-Pädagogin oder Diplom-Sozialpädagogin. Diplom-Sozialpädagogin, ja. Heißt das genau. Und Sie haben in Ihrer Schulzeit Karikaturen gemalt. Und da sind die Lehrer, glaube ich, das ein oder andere Mal ein bisschen böse geworden, oder? Ja, ja. Vor allem dann im Juni. Also wie dann das Kalenderblatt vom Juni gekommen ist. Ich habe nämlich die Lehrer für jedes Monat einen anderen Lehrer an die Reihe genommen und den Kalender auch im Klassenzimmer aufgehängt. Und der ist dann also entfernt worden. Und zwar im Juni habe ich dann obszöne Bildchen gemahlen. Oh, sowas haben Sie gemacht. Der Weg zum Erfolg. Männchen, die sich gegenseitig in den Po reinschlupfen. Oh, und was ist passiert? Sie haben das Abitur nicht bestanden da drauf? Ja, ich bin also in dem Jahr durchs Abitur gerauscht, aber das war nicht im Zusammenhang mit den Karikaturen. Nicht? Sind Sie sicher? Nein, da bin ich mir sicher. Ich war einmal das schwach. Aber das Jahr drauf habe ich dann gepackt. Hat es geklappt? Prima. Auch Ihnen viel Spaß heute Abend hier. Wir wollen jetzt unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Hier ist er. Das tue ich für mich. Und das für meinen Salat. Livio mit den wertvollen Vitaminen A, D und E. Livio. Gesund und munter. Wir starten mit der roten Gewinnpalette 1.000 DM der Höchstbetrag. Und als erstes suchen wir einen Titel. Andrea, Sie dürfen anfangen. Film, Fernseher, Film, Fernseher- oder Musiktitel. Auf Buchtitel können das sein. 300. Ein Envy Nordpol. Ein Envy Nordpol. Oh la la la. Fünfmal drin. 1.500 Mark sind gut geschrieben. 750. Ein S wie Siegfried. Ein S wie Siegfried. Ja. Zweimal. Das waren nochmal 1.500. Kontostand jetzt 3.000 und bleibt stehen, Glücksrad. Bitte. Sußes Brav. 250. Ein Erwey Richard. Ein Erwey Richard. Das fällt uns die Maren einmal um. Aktueller Kontostand 3.250 Mark. Mit 150 geht's weiter. Ein Devidora. Devidora. Ich kaufe ein E. Devid Emil. Ja, einige Male im Rätsel. Wir ziehen nur 300 KM ab. So bekostet ein Pokal bei uns. Egal wie oft er im Rätsel drin ist. 3.100 KM sind noch auf dem Konto. Ich hoffe, es kommen mindestens 150 hinzu. Ein K wie Konrad. K wie Konrad. Schade, er ist nicht drin im Rätsel. Bert. Unser Punktuhrkandidat. 450. Ein F wie Friedrich. F wie Friedrich, nicht im Rätsel. Christine. Chance für Sie. Unsere Studiokandidatin. Für 700. T wie Theodor. T wie Theodor. 1.400 D-Mark sind auf Ihrem Konto. 250. Ein H wie Heinrich. H wie Heinrich. 2.000 Konto. Ganz ruhig bitte. Ich möchte lösen. Versuchen Sie es. Hohe Tannen heißen die Sterne. Oh, das tut mir leid. Das ist falsch. Damit ist die Andrea da. Ich kaufe ein I. Ein I wie Ida. Ja. Und da dreht die Andrea noch einmal. Ich hoffe, volles Risiko, damit sie noch ein bisschen was dazugewinnen kann zu Ihren 2800. 350 könnten es werden. Ein W wie Wilhelm. Ein W wie Wilhelm. Genau. Ich möchte lösen. Versuchen Sie es. Hohe Tannen weißen die Sterne. Ganz genau. Ja, das ist eine Pfadfinder-Hymne, kann man fast schon sagen. Maren, vielen Dank. Es sind für die Andrea 3.150 D-Mark. Hier sind Ihre Preise. Andrea, was möchten Sie? Ich hätte gern den Rasierer, die Bohrmaschine, den Brillengutschein, den Fernseher, die Reise und die Lautsprecherboxen. Sehr schön. Jeder, ich habe gehört, du bist beim Surfer mal ganz schön nass geworden. Der hätte es mal auf dem Brett probieren sollen. Andrea, Ihre Preise. Eine echte Grundigleistung Rolltronic. Ein Netzrasierer im neuesten Design. Der Wert 160 Mark. Von Kauf und über 1000 Geschäften in Deutschland die Black & Decker Elektronik Akkuschlagbohrmaschine mit Permanentladegerät zum Preis von 240 Mark. Ein Sonnenbrillengutschein mit UV-400-Schutz von der Designermarke Alpine International wie diese PC73S im Wert von 450 Mark. Und das ist der portabele Farbfernseher A110M von Telefunken mit seinen 37 cm High-Kontrast-Röhre hat einen Wert von 500 Mark. Freize und Reisen, Ihr kleffes Reisemagazin präsentiert Ihnen eine Reise für zwei Personen in das Hotel Löwe in Schwetzingen mit zwei Übernachtungen. Residieren Sie in einem Haus der Hotelkette Romantik Hotels und Restaurants international der Wert der Reise 850 Mark. Und das Teufel-Modell M200, ein starkes Lautsprecher-Selbstbausystem mit super Klang und einfache Montage für 950 Mark. Andrea, herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank Sven, ein bisschen glücklich, aber verdient die erste Runde gewonnen. Wir haben noch zwei Runden, wo es um den Tagessieg geht. Wir sind gleich wieder da. Es war ein wunderbarer Morgen. Ich blätterte gerade im Quelle-Katalog. Doch was war das? Oh nein! Schon wieder erbte ich die alten Händen meines großen Bruders. Ich war verzweifelt. Warum mussten die Sachen von Quelle immer so lange halten? Ich hatte wirklich nur eine Chance. Wachsen, was das Zeug hält. Meine Quelle. Hier sind wir auch schon wieder. Zweite Runde Glückstadt in Zeit 1. Diesmal geht es um die gelbe Gewinnpalette für die Kandidaten und einen Sonderpreis gibt es auch. Sven, bitte. Und das ist unser heutiger Sonderpreis. In dieser topmodischen Gartenmöbelgruppe überraschen Sie Ihre Gäste aufs angenehmste. Und dass Sie sich wohlfühlen werden, dafür sorgen die formschönen, stabilen und wetterfesten Vollkunststoff-Terrassenmöbel vom Markenhersteller Kurz. Die aus grünem Kunststoff gefertigten Möbel sind die Highlights der Saison. Die Troposessel, die Sessellieke Tropoplus und die Relaxliegen laden auf viele sonnige Stunden ein. Der handliche Hocker findet auch als Beistelltisch für den kühlen Sommertrunk seine Verwendung. Abgerundet zur vollständigen Freizeit-Oase wird die Gruppe durch die Muschelsteppauflage der Spitzenklasse Hemdnisse Mabea, die von der Firma kurz nach den neuesten Umweltschutzerkenntnissen gefertigt werden. Sie garantieren optimalen Sitz- und Ruhekomfort. Der Wert dieses Gartenmöbelgruppe, die das mehr aus ihrer Freizeit macht und um die sich jede beneilen wird, liegt bei 2.750 Mark. Viel Glück. Ja, danke, Sven. Ein schöner Sonderpreis, der hauptlicher Drehtwert von unseren Kandidaten. Das Resseln der zweiten Runde kommt aus dem Bereich Ort. Und der Bernd darf anfangen. Stadt, Land, Gewässer, Bauwerk, Gebirge, Studio. All das kann Ort sein und er schafft es mit dem ersten Schwung. Wunderbar. Ja, so ein Applaus wert, oder? Das meine ich aber auch. Bernd, wir müssen ein bisschen warten. Sie dürfen gleich weiter drehen. Wir haben einen Betrag, müssen Sie ja spielen. Sie haben noch nichts auf dem Konto. Bitte, nach dem ersten Schwung, gleich auf den Sonderpreis gekommen. Das ist doch was. Und wir suchen einen Ort für 200. Ein R wie Richard. R wie Richard. Zweimal im Rätsel. 400 Mark auf dem Konto. 200. Ein N wie Nordpol. N wie Nordpol. 600 D-Mark, das Guthaben. Mit 300 geht's weiter. Ein T wie Theodor. Ein T wie Theodor. 500. Ein S wie Siegfried. S wie Siegfried. Dreimal drin. Jetzt würde ich gerne ein E kaufen. Ein E wie Emil. Geld genug haben Sie, gar kein Problem. Zweimal. Es bleiben Ihnen immer noch 2100 D-Mark. Und ein A wie Anton. A wie Anton. Ja. 1800 D-Mark sind auf dem Konto. Mit 750 geht's weiter. Ein F wie Friedrich. Ein F wie Friedrich. Nein. Nicht im Rätsel drin. Christine. Die große Chance für Sie. Für 400. Ein G wie Gustav. Ein G wie Gustav. Ja. Ich möchte ein I kaufen. Ein I wie I da. Können Sie kaufen. Da bleiben Ihnen noch 100 Mark auf dem Konto. Ich möchte noch einmal grünen. Ja, und jetzt würde ich auch sagen, drehen Sie. Ich würde Ihnen zwar 200 mal geben, wenn Sie es wissen zum Einkaufen, aber vielleicht drehen Sie einen hohen Betrag. Ja. 400. Für 400. Ein H wie Heinrich. Oh, das tut mir leid. Das ist leider falsch. Andrea. Nein. Ganz ruhig mit dem Publikum, was die Lösung angeht. In der Aufregung hier am Rad ist das alles nicht so einfach. Oh, Quatsch. 350. Ein B wie Bertha. Ganz genau. Sagen Sie es noch mal laut. Der Riechstraße. Die haben wir gesucht. Wunderbar. Das sind für die Andrea diesmal 350 D-Mark. Die sind erneut Ihre Preise. Andrea, was nehmen Sie diesmal? Ich hätte gern die Kassetten, den Weltempfänger, den Jeans-Gutschein und den Partykochtopf. Da war's. Andrea, da haben Sie sich was Schönes ausgesucht und hier ist es aufs Gleich. Das 10er-Pack Gröning Deluxe C90, Kassetten von Permaton Berlin für 40 Mark. Der Poppy Olymp von ETG, ein Neunband-Weltempfänger mit enormer Empfangsleistung im kompakten Design. Der Wert 50 Mark. Die Superbest-Form Sommer-Hit-Gutschein von Mac. Five Pocket Pens, Mac Tiff, Leggings und Active Jeans in jedem Fall von Mac für 21 Mark. Ein Partykoch- und Warmhalteautomat von Kochstam, den Sie auch gut zum Einkochen in der Erntezeit nutzen können. Im Wert von 130 Mark. Andrea, herzlichen Glückwunsch. Das wird willkommen, liebe Zuschauer, zu Hause auf die zweite Runde. Da hat Andrea gewonnen, aber immerhin gegen der Sonderpreis an den Bert und sind Funko-Kandidaten. Und wenn Sie sich so vorstellen können, hier auch mal zu stehen, als Funko-Kandidat beispielsweise, machen Sie es da einfach. Kauen Sie sich die neue Funko, Sie kommen morgen raus und dann sind Sie vielleicht irgendwann mal hier in der Reihe und gewinnen auch einen Sonderpreis. Bis gleich. Da kann keiner widerstehen. Leerdammer. Wenn so viel Schmutz aus Fett und Dreck, wenn so viel Wäsche sich zum Waschen türmt, wer kriegt diesen Riesenberg jemals wieder sauber? Der neue weiße Riese-Color, der Riesenzwerg mit Farbschutz, der Kleine mit der Riesenwaschkraft. Er greift sich den Schmutz, Hemd für Hemd, Hose für Hose wäscht er den ganzen Wäschewerk wieder leuchtend sauber. Der neue weiße Riese-Color, der Kleine mit der Riesenwaschkraft. Wir sind wieder da, dritte Runde Glücksterdienst hat eins. Die Andrea neben mir führt mit 3.500 Mark nach zwei gewonnenen Runden. Mal sehen, wer Tagessieger wird. Es geht um die grüne Gewinnpalette, 5.000 DM der Höchstbetrag und wir suchen eine Gruppe. Und anfangen darf diesmal die Christine, unsere Studiokandidatin. Gemeinschaft oder Institution suchen hier im Bereich Gruppe. Und sie starten leider mit einem Banker. Kann man nichts machen. Bin ich ja schon dran. Ja, da ist die Andrea schon wieder dran. Ein schnelles Spiel und Wortwurm super Gewinne ist das hier. Da muss man immer auf Zack sein, 900. Ein R wie Richard. R wie Richard. Viermal drin. 3.610 DM auf dem Konto mit dem Rest aus der Vorrunde. 450. Ein S wie Siegfried. S wie Siegfried. Auch viermal. Glückliche Buchstabenwahl. Bisher 400. Ein N wie Nordpol. N wie Nordpol. 6.210 DM mittlerweile. Der Kontostand 800. Ein H wie Heinrich. H wie Heinrich. Das läuft ja wie geschmiert bei Ihnen, Andrea. 8.610 DM und zwei Trennstriche an der Ratewand. 600. Ein T wie Theodor. T wie Theodor. 9.210 DM sind gut geschrieben. Mit 500 Mark geht's weiter. Ein C wie Cäsar. C wie Cäsar. Ja. Ich möchte ein E kaufen. Ein E wie Emil. Ich hoffe, das ist einige Male drin. Wir ziehen nur 300 Mark ab, egal wie oft das da scheint. Danke, Maren. Ja, 9.910 DM sind immer noch auf dem Konto. Wir suchen eine Gruppe. Gemeinschaft, Institutionen. Für 400. Ein D wie Dora. Ein D wie Dora. Sehr stark. Ich kaufe ein I. Ein I wie Ida. Und ganz ruhig bitte im Publikum, was die Lösung angeht. Die Andrea dreht weiter. 10.410 DM hat sie bislang erspielt und erraten. 800. Ein Elvi Ludwig. Elvi Ludwig. Schade. Ist nicht im Ressel drin. Ja, es bleibt nichts anderes übrig, als zu raten. Wenn man die Lösung noch nicht weiß, es ist nicht so einfach, zugegeben. Auch zu Hause, unsere Freunde werden sich schwer tun. 350. Ein V wie Viktor. Ein V wie Viktor. Nicht im Ressel. Christine. Die Riesenchance für Sie. Sie können natürlich Tagessiegerin werden. 900. Ein W wie Wilhelm. W wie Wilhelm. Ja. Einmal drin. Aber Sie brauchen natürlich hohe Zahlen. 450. Ein K wie Kaufmann. K wie Kaufmann. Zweimal drin. 1800 DM. Es wird sehr spannend. Die Andrea führt mit 3500. Ein bisschen Umsatz fehlt Ihnen noch. Und in diesem Moment kommen Sie gerade noch auf 700. Ein G wie Gustav. G wie Gustav. Ja. Noch ist das Rennen nicht zu Ende. Ich möchte ein A kaufen. Ein A wollen Sie kaufen. Gerne. A wie Anton. Dreimal im Ressel drin. 300 Mark ziehen die ab. Bleiben 2200. Das würde noch nicht reichen zum Tagessieg. Da fehlen noch 1200 DM zum Pari mit der Andrea. 500. Ein M wie Marta. Ein M wie Marta. Ja. Das sind die letzten Konsonanten. Das Sie versuchen zu lösen. Niedersächsischer Handwerkskammertag. Ganz genau. Diese Gruppe haben wir gesucht. Maren, wir danken dir. Das sind für die Christine 3200 DM. Die Stereoanlage sind Ihre Teil. Christine, was möchten Sie bitte? Ich habe mir das Fahrrad ausgesucht und den Fernseher und die Stereoanlage. Ja, wunderbar. Christine, ich habe mir gerade meinen Kalenderblatt angeguckt. Nur gut, dass wir im Mai sind. Hier Ihre Preise. Dieser Pompivision 5151 ist ein formschönes Gerät mit 51 cm Bildschirmdiagonal und einem Wert von 490 Mark. Adventure heißt das neue Tracking-Bike von Kalkoff. Es hat einen Oversize-Rahmen und einen Wert von 1200 Mark. Die Lenko Hi-Fi einzig Komponentenanlage System 3031 mit Tuner, Doppelkassetten, der CDB hat 2x35 Watt Vollverstärker und Zwei-Wegesystem-Boxen hat einen Wert von 1500 Mark. Christine, herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke, Sven. Christine, Sie haben es sehr, sehr spannend gemacht. Wenn Sie den Vokal nicht mehr gekauft hätten, wären Sie genau Paare gewesen mit der Andrea. So sind Sie mit 3200 Mark zweite Siegerin gewonnen. Als Tagessiegerin hat die Andrea mit 3500 Mark Gesamtumsatz. Ja, das hört sich gut an. Sie werden in der Bundesrunde um den Hauptpreis spielen. Vorher aber wollen wir mal gucken, was übrig geblieben ist nach Abzug der Bankkotz für das Superspiel. Da blieben bei der Andrea 13900 Mark, beim Bert 1800 und bei der Christine 5200. Das macht zusammen eine wunderschöne Summe von 20.900 Mark für Superspiel. So, liebe Zuschauer, jetzt geht es aber erst einmal für Sie weiter mit dem Zuschauerspiel. Und ich möchte Sie noch darauf hinweisen und daran erinnern, dass Sie nur mit dieser Karte hier mitspielen können. Da ist alles vorgedruckt, auch dieses Rätsel, das wir jetzt suchen. Und ich bitte Sie, nur diese Karten zu benutzen. Es gibt diese Karten in allen Reisebüros, die mit Airmarin und Alphatours zusammenarbeiten. Die letzten beiden Buchstaben wollen wir Ihnen heute jetzt vorgeben. Das macht wie immer die Tagessiegerin und das ist heute die Andrea. Was glauben Sie, ist in diesem Rätsel drin? Es kommt aus dem Bereich Person. Das H wie Heinrich und das E wie Emil. Wollen wir mal sehen, ob Sie den Zuschauern was vorgeben konnten. Ja, beide Buchstaben sind drin. So sieht das Rätsel aus, schreiben Sie mit. Wir geben Ihnen in den nächsten Tagen noch einmal einen Hinweis mit dafür. Und bitte, wie gesagt, nur diese Karten hier benutzen. Wir sehen uns gleich wieder zum Superspiel. Diese kleinen Kompaktwaschmittel, die habe ich nie ganz voll genommen. Die waren doch nur gut gegen Flecken. Aber ich will mehr. Pflege zum Beispiel. Und da habe ich jetzt was ganz Neues entdeckt. Das neue Persil. Klein und kompakt, doch ganz die große Persil-Qualität. Wenn das wirklich mehr kann als Flecken rauswaschen, wird das mein neues Persil. Kompakt hat ja auch Vorteile. Das neue Persil, jetzt mit Waschtensiden auf überwiegend pflanzlicher Rohstoffbasis. Persil wäscht ab jetzt mit der Kraft von Plantaren umweltverträglicher, weil die Waschtenside vollständig biologisch abbaubar sind. Absolut sauber und vor allem fühlt sich fantastisch an. Dabei bleibe ich. Das neue Persil mit Plantaren. Das beste Persil für Reinheit und Pflege. Da weiß man, was man hat. Hier glänzt es uns an. Gold im Wert von 20.900 Mark. Unser heutiges Superspiel wird mit Ihnen Bad Heilbrunner. Hauptsache gesund. Das Modus steht auf der Wunschliste der Bundesbürger ganz oben. Mit Plusform-Vitamin und Mineralstoffen von Bad Heilbrunner bleiben Sie gut in Form. Plusform-Vitamin-B-Kapseln sind wichtig für Nerven, Haut und Haare. Sillenhefe und die Vitamine Beta-Carotin C und E sind von großer Bedeutung für das Immunsystem Ihres Körpers. Mit den sprudelfrischen Brausetabletten von Bad Heilbrunner ergänzen Sie auf wohlschmeckende Weise Ihren Vitamin- und Mineralstoffbedarf. Ganz ohne Zucker. Allen Teetrinkern bietet Bad Heilbrunner aromatische Früchtetees mit 10 Vitaminen. Die schmecken und machen fit. Bad Heilbrunner-Produkte erhalten Sie überall, wo Sie tagtäglich einkaufen. Im Lebensmittelhandel, in Drogerie und Verbrauchermärkten und in Kauf und Warnhäusern. Bad Heilbrunner wünscht. Viel Glück im Sommerspiel. Danke Sven und unsere Kandidaten können eigentlich ganz locker aufspielen. Alle haben schon was gewonnen. Die Andrea zwei Runden und Tagessiegerin geworden. Der Bert hat den Sonderpreis gewonnen und die Christine auch eine Runde. So sind die Bereiche verteilt heute. Wir suchen waagerecht Redewendung und Person, senkrecht Ort, Sache und Gruppe. Die ersten Buchstaben bitte von Andrea. Ich nehme das R wie Richard und das N wie Nordpol. Ich nehme das S wie Siegfried und das D wie Theodor. Ich nehme das L wie Ludwig und das E wie Emil. Gut. 90 Sekunden haben Sie Zeit. Sie können falsche Antworten geben. Sie dürfen auch vorsagen. Denken Sie daran, das werden Sie auch laut tun, weil die vorgesagten Antworten müssen wiederholt werden von denen, die mit der Zeit gerade dran sind. Maren, einer fehlt noch bitte da vorne bei dem SC. Die Sache Kur vielleicht. Danke dir und dann läuft die Zeit ab jetzt. Bitte, Andrea. Steuerberater. Steuerberater bei Person. Die Sache Kur. Sache Kur. Dur. Dur. Die Sache. Der Ort Grad. Kar. Ja. Kar. Was? Kar. Die Sache. Kar. Was? Zeit läuft für den Bert. Regen. 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 Ja, leider, das kam zu spät. Das war ja sehr schwierig mit dem T und R, dass da noch ein Konsonant dazwischen ist. Aber schauen wir mal, die Uhr war es gewesen, leider zu spät. Und Frakturreden, mit Regenreden, da haben sie schon irgendwas im Petto gehabt, das war nicht richtig. Man kann nichts machen. Ich brauche keine Trostpreise zu verteilen, das ist das Allerschönste. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei der Christine und beim Bert fürs Mitmachen. Wir sind uns im Finale wieder und für die Andrea geht es weiter mit diesem Hauptpreis hier. Mit Ihnen wollen wir auch weitermachen, aber dazu müssen Sie dranbleiben. Wir sind gleich wieder da. Es gibt Situationen, da wäre es schön, wenn sich alles so einfach öffnen ließe. Wie Rittersport im praktischen Knickpark. Quadratisch, praktisch, gut. Meine Dauerwelle, schön und elastisch wie am ersten Tag. Wie ich das mache? Mit Energos Well Repair von L'Oreal. Einfach unter Warnung Wasser erwärmen. Die neuartige Thermoaufbau pur, die repariert und die Sprungkraft der Dauerwelle verstärkt. So wird meine Dauerwelle schnell wieder schön. Energos Well Repair von L'Oreal. Andrea brauchte zehn Stunden zum Surfschein und vier Runden in unser Finale. Und ganz Deutschland, Andrea, drückt die Daumen. 3500 Mark bereits gewonnen. Wir wollen die Reise erst einmal vorstellen, die es zu gewinnen gibt. In der Bonusrunde, bitte Sven. Klopp-Hibiskus-Reisen bietet Ihnen eine zweiwöchige individuelle Traumreise nach Tunesien für vier Personen im Klopp-Hibiskus-Kiobs in Nabel am Carpon. Sie fliegen mit Tunis Air nach Tunesien. Dort erleben Sie einen Traumurlaub im Klopp-Hibiskus. Das bedeutet Entspannung im luxuriösen Rahmen, die hochvolle Animation und Verwöhnung durch eine raffinierte Küche. Wandeln Sie auf den Spuren der Römer. Entdecken Sie auf einer Rundreise die Schönheiten des Landes. Wie zum Beispiel Carthago, Sidi Bouzai, S-Gem und Magmata bis hin zur großen Weide der Sahara. Der Preis 11.000 Mark. Viel Glück, Andrea. Frank, Sven, da war die Andrea zwar schon, aber Sie will gerne nochmal hinfahren, ne? Ja. Der Bereich, den wir suchen, ist Redewendung. Und wir brauchen fünf Konsonanten, ein Vokal als Vorgabe. Das R wie Richard, das N wie Nordpol, das S wie Siegfried, das H wie Heinrich, das T wie Theodor und das E wie Emil. Alles klar. Redewendung ist auch klar. Sprichworte, gefühlgte Worte, Worte aus dem Sprachgebrauch, dass man manchmal so dahin sagt. Zeit läuft ab jetzt. Toi, toi, toi. Seine Binde, deine Bande, seine Bunde, seine Bunde, keine, 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 keine Wange. Hat sie nicht gehabt, die Andrea, ne? Von der Schlussrunde. Sie hat sich auch so gefreut mit dem, was sie gewonnen hat. Vielen Dank, Andrea, fürs Mitmachen. Danke dem Bert und der Christine, danke Ihnen hier im Studio und danke Ihnen vor allem zu Hause. Freuen Sie sich schon auf morgen, wenn wir um die gleiche Zeit da. Tschüss. Wenn Sie, liebe Zuschauer, sich beim Livio Glücksrad bewerben wollen, dann schreiben Sie bitte in das Sat.1 Glücksrad Postfach 19.2.70 in 10.19. Oder wählen Sie, das 1 Text, das Videotext vom Interlandseite 320. Und schon kehren wir wieder zurück in den ganz normalen Feierabend, den sich ja unser lieber Peter Bond inzwischen auch redlich verdient hat. Ganz zu schweigen von der zauberhaften Maren. Man muss sich das mal vorstellen, dass dieses Zauberwesen nur ein einziges Mal geschwänzt hat. Und da war sie echt wirklich krank. Maren, du bist einzigartig, bleib so. Und wetten, dass sie morgen auch wieder dabei ist, ich glaube, diese Wetter habe ich schon geboren. Bis dann, tschüssi. Applaus Vielen Dank.